Mein Name ist Stefan Berchtold. Ich bin der Inhaber von der Metzgerei Berchtold in Stammheim. Wir sind ein Familienbetrieb. Meine Frau steht im Laden, in der Bethege. Mein Sohn arbeitet mittlerweile auch schon seit seiner Ausbildung hier im Betrieb mit. Der Lorenz kam zu uns, weil ich den Geburtstag seiner Mutter mit einem Spanfeigen beliefern durfte. Da war der Lorenz so angetan von meiner Arbeit, dass er mich am selben Tag noch, am selben Abend noch gefragt hat, ob er bei mir ein Praktikum machen dürfte. Zunächst habe ich mal kurz überlegt, aber dann dachte ich, das probieren wir mal, das ist bestimmt interessant. Und so kam es, dass er dann später ein Praktikum an mir machte und sagte, ich müsste da und möchte ihn nicht mehr missen. Lorenz ist durch seine Art immer gut drauf, immer freundlich, immer motiviert. Also da können sich viele eine Schalte abschneiden davon. Wir sind dabei bei Mensch inklusive, weil ich der Meinung bin, dass noch viele, viel mehr Menschen sich sozial engagieren müssten für Leute mit Behinderung, für Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Drum sind wir auch dabei. Ein herzliches Grüß Gott im Seniorenzentrum in Schwebheim. Mein Name ist Monika Müller und bin seit fünf Jahren als Einrichtungsleitung hier tätig. Unsere Einrichtung ist eine von 16 stationären Einrichtungen der Altenhilfe der Arbeiterwohlfahrt in Unterfranken. Unsere Einrichtung bietet 75 Bewohnern in verschiedenen Pflegegraden ein Zuhause mit entsprechenden tagesstrukturierenden Maßnahmen. Darüber hinaus ist unsere Einrichtung ein ambulanter Pflegedienst angegliedert, der derzeit ca. 100 Klienten betreut. Frau Kraus unterstützt unsere Mitarbeiter in der Verwaltung, wie zum Beispiel Digitalisieren der Bewohnerakten, Verteilung der Speisepläne und vieles mehr. Mensch inklusive. Wir sind dabei, weil wir der Meinung sind, dass jeder eine zweite Chance verdient hat und wir nicht nur davon reden wollen, sondern leben wollen. In der Stadt Schweinfurt hat jeder Bürger die Möglichkeit, am Wertstoffhof seine Wertstoffe oder auch seinen Hausmüll und Sperrmüll anzuliefern. Der Großteil davon wird kostenlos angenommen. Für einige Stoffe werden gebührenfällig, die aber alle in einem gewissen Rahmen liegen. Wir sind auch bestrebt, am Wertstoffhof für die Inklusion tätig zu sein. Wir versuchen natürlich auch, hier Mitarbeiter einzusetzen, die durch Krankheit oder auch durch ein Alter beeinträchtigt sind. Und wir haben jetzt die Möglichkeit für uns entdeckt, über die Lebenshilfe Mitarbeiter einzusetzen, die die Arbeit genauso gut erledigen und für alle Gewinn sind einfach. Weil wir festgestellt haben, dass es viele Tätigkeiten bei uns gerade am Wertstoffhof gibt, auf die es nicht darauf ankommt, ob der jetzt alles machen muss und alles können muss. Sondern es gibt viele Teilbereiche, die jeder machen kann. Und diese Teilbereiche kann, wie gesagt, jeder machen. Und da ist für uns die Lebenshilfe als Partner sehr, sehr wichtig und sehr, sehr groß eigentlich jetzt zur Zeit. Und durch den Helmut Schauk, den wir von der Lebenshilfe haben, sind wir sehr froh, dass er bei uns ist und eigentlich auch sehr dankbar dafür, dass er auch bei uns sein kann und auch bei uns tätig ist. Mein Name ist Schröder Herrmann. Ich bin bei der Stadt 52 für die Abfallwirtschaft zuständig. Wir sind dabei, weil wir eine für die gleichberechtigte Teilhabe sind und die auch leben wollen.